Hallo meine Freunde, guten Abend, wie geht's euch? Ihr auch seht, dass jetzt ist Abend in Russland und jetzt sitze ich in dem Auto und mache dieses Video. In diesem Video möchte ich sprechen über was ich knochte. Heute knochte ich ein Interflash für mich und für meinen Freund. Ich kann sagen, dass das war sehr köstlich, aber wir leben in der Stadt in Moskau hier und es ist ein bisschen schwierig Entfleisch zu finden hier. Aber ich kann sagen, dass in unserer Stadt in Shamkir, es gibt ein Dorf, wir leben ein Dorf dort und es gibt viele Ente in unserem Garten. Und wir öfter essen Entfleisch dort und ihr auch wisst, dass es ein bisschen schwierig Entfleisch zu finden in der Stadt hier. Aber es ist einfach Entfleisch zu finden in dem Dorf und deshalb hoffe ich, dass ich nach meinem Land fahren werde und essen köstlich Entfleisch. Ja, weil ich vermisse mein Land und wir oft essen Entfleisch dort, weil ich sagte, dass wir haben viele Ente in unserem Garten. Wir sehen uns beim nächsten Mal.